Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Rezension. Ich bin Sanfinkoll. Heute habe ich für euch das Onikuma K1 Gaming Headset. Es handelt sich hierbei um ein Low Budget Headset und kostet zurzeit gerade mal rund 22 Euro. Was man von diesem Headset nun erwarten kann, klären wir in diesem Video. An der Lieferung gibt es wie immer fast nichts auszusetzen. Das Paket kam schnell und gut verpackt bei mir an. Auf der Verpackung gibt es ein paar technischen Infos in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Deutsch, was ich sehr löblich finde, auch wenn das Deutsch eher nach einer Google Übersetzung aussieht. In der Verpackung befindet sich zum einen das Onikuma Gaming Headset, ein rund 1,20 Meter langes Y-Adapterkabel und eine mehrsprachige Gebrauchsanweisung ist ebenfalls noch mit dabei. Das Headset ist sowohl für die PS4 als auch für den PC und für die Xbox geeignet. Allerdings benötigt man für die Xbox noch einen Extra-Adapter, der üblicherweise nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Verarbeitung des Headsets ist gut. Es wurde hier hauptsächlich Kunststoff verarbeitet. Die Haptik wirkt aufgrund der verwendeten Materialien stellenweise etwas billig. Kopfband und Ohrpolster sind schön weich gepolstert. Das Obermaterial besteht aus einer Art Kunstleder. Das Kopfband ist hier in Blau gehalten. Die Ohrmuscheln lassen sich auf jeder Seite um ca. 2,5 cm ausziehen und sind auch für etwas größere Köpfe geeignet. Die Auszugsschienen bestehen übrigens aus Metall. Auch an den Ohrmuscheln finden sich blaue Farbakzente. Der Kopfhörer sitzt straff aber nicht zu fest auf dem Kopf und er ist auch für Brillenträger geeignet. Ich selbst bin ja auch Brillenträger. Ich habe den Kopfhörer rund zwei bis drei Stunden am Stück aufgehabt und hatte dabei zu keiner Zeit ein unangenehmes Druckgefühl. Die Kabellänge vom Headset beträgt wie erwähnt rund 1,20 m und hat einen 3,5 mm TRRS Klinkenstecker verbaut. Es handelt sich hier also um einen vierpoligen Stecker. Dadurch kann man das Headset auch im vollen Umfang an einem Smartphone betreiben. Getestet habe ich das an einem iPhone 6s Plus. Am Headset-Kabel befindet sich auch noch eine kleine Steuereinheit. Diese ist nicht so groß und klobig wie bei anderen Mitbewerbern. Mit dieser Steuereinheit kann man die Kopfhörer-Lautstärke mittels kleinem Drehrad verändern und das Mikrofon kann man mit einem kleinen Schiebeschalter stumm schalten. Aufgrund des vierpoligen Steckers kann man solche Headsets in der Regel nicht am PC betreiben. Allerdings wurde hier mitgedacht und noch ein 1,20 m langes Y-Adapterkabel beigelegt. Das Adapterkabel hat zwei 3,5 mm TRRS Klinkenstecker verbaut, also dreipolige Stecker und damit lässt sich das Headset ohne Probleme am PC und auch an externen Soundkarten bedienen. Die Gesamtlänge des Headset-Kabels erhöht sich somit mit dem Adapterkabel auf 2,4 m. Beide Kabel haben an den prägnanten Stellen einen Knickschutz bekommen. Und beide Kabel sind auch mit Stoff ummantelt und machen einen wirklich hochwertigen Eindruck. In dem Onikuma Gaming Headset wurden 50 mm Treiber verbaut. Das Mikrofon hat eine Kugelcharakteristik, das bedeutet es nimmt aus allen Richtungen gleichermaßen gut auf. Alle weiteren technischen Daten könnt ihr ja der Produktbeschreibung entnehmen. So meine Freunde, soviel also zur Theorie. Und wie sieht es nun in der Praxis aus? Auch das kann ich euch sagen. Das Headset hat ein gutes räumliches Klangverhalten. Die Ortung von Feinden klappt wirklich gut. Beim Zocken wäre jedoch ein bisschen mehr Bass wünschenswert gewesen. Die Mitten sind mir ein Tacken zu präsent. Insgesamt kann der Klang aber als recht ordentlich bezeichnet werden. Wie das Mikrofon klingt, könnt ihr ja schon die ganze Zeit hören, denn die gesamte Rezension wurde mit dem Headset-Mikrofon gesprochen. Der Sound ist auch hier völlig unbearbeitet und es wurden auch keinerlei Hilfsmittel benutzt. Allerdings muss ich erwähnen, dass die Klangqualität auch von der verwendeten Soundkarte abhängig ist. Aber keine Angst, Freunde, selbst die heutigen On-Bord-Lösungen bieten recht guten Klang. Natürlich habe ich das Headset auch an ein Smartphone angeschlossen, in meinem Fall an das iPhone 6S Plus und habe ein bisschen was aufgenommen. Ich spiele euch mal kurz diese Aufnahme ein, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, wie es klingt, wenn man es an ein Smartphone anschließt. Das ist nun eine Testaufnahme, die ich mit dem iPhone 6S Plus aufgenommen habe. Und wie man hören kann, ist auch hier die Aufnahmequalität recht gut. Ja, auch hier konnte mich eigentlich das Mikrofon überzeugen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass man mit dem Headset auch Musik hören kann. Auch mit dem Smartphone. Der Sound ist wirklich gut. Das hätte ich so nicht erwartet. Alles in allem handelt es sich hier um ein solides Gaming-Headset aus dem Low-Budget-Bereich mit einem für diese Preisklasse gutem Mikrofon. Der Klang der Kopfhörer ist wirklich ordentlich. Das räumliche Klangverhalten ist gut. Allerdings hat mir im Spiel ein wenig die Brillanz gefehlt. Die unteren Frequenzen könnten auch etwas kräftiger sein. Bei Musik hören macht der Kopfhörer eine gute Figur. Die Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Die 1,5 Sterne abziehen und vergebe 3,5 Sterne. Da man auf Amazon aber nur ganze Sterne vergeben kann und das Onikuma Gaming-Headset näher an 4 als an 3 Sterne dran ist, runde ich das Ganze auf 4 Sterne auf und vergebe diesem Gaming-Headset 4 Sterne. So meine Freunde, das soll es nun gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Headset habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Ich versuche sie dann zu beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, Baba, winke, winke. Hier war euer Sandvikol mit der Rezension zum Onikuma K1 Gaming-Headset. Tschaui, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.